Servus YouTube, heute möchte ich euch einen weiteren Guide liefern und zwar den von Magic für die legendäre Herausforderung in der Schmiede. Auch hier wird das Ganze erst freigeschaltet, wenn Magic die Freundschaftsstufe 5 erreicht hat. Wir bekommen eine legendäre Karte und auch ein legendäres Outfit. Das Outfit habe ich angezogen, deswegen springen wir einmal rein und ich zeige euch, was ihr hier genau machen müsst. Dieses Mal müssen wir keinen Kristall platt machen, sondern wir müssen den Angriff der Gegner überleben. Der Dude in der Mitte hat die Karte, die wir benötigen und nun gilt es, ihn umzunieten. Als erstes nutzen wir den Limbo-Griff. Im Anschluss nehmen wir das Limbo-Portal, platzieren das jetzt hier hin. Wichtig ist, dass wir es in den grünen Riss rein manövrieren. Ist platziert, alles klar. Dann nehmen wir den schnellen Seelenheap und attackieren den Gegner zum ersten Mal. Wunderbar, hat funktioniert. Als nächstes nutzen wir die Falltür, markieren unseren Gegner mit der Karte und ziehen ihn jetzt einfach hier nach rechts. Ich platziere ihn so, dass ich ihn gleich da hinkicken kann, aber auch nah genug, damit er hier vom roten Riss Schaden frisst. Also ungefähr da hin. Und da fliegt er runter, wunderbar. Nun können wir den Riss schon mal aktivieren. Er hat wieder ein bisschen Schaden bezogen. Nun nutzen wir den Tritt und kicken ihn in den Gegner rein. Es ist auch möglich, ihn nach hinten in die Wand zu kicken, aber hier vorne ist ein bisschen einfacher. Und so wie ich ihn platziert habe, kann ich ihn eh nicht gegen die Wand kicken. So, und nun platzieren wir die Falltür auf den Gegner. Damit ich auch wirklich perfekt kicken kann, packe ich ihn jetzt einfach hier nach oben. Dann haben wir eine schöne gerade Linie und das Zurückwerfen sollte auch wunderbar funktionieren. Das Outfit, was ich anhabe, ist ja das, was wir bekommen. Jetzt nicht unbedingt der Burner, aber okay, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Und als letztes nutzen wir die Seelenwucht, um den Gegner mit der Karte in den anderen rein zu kicken. Und damit haben wir ihn besiegt, bekommen die Karte, müssen aber vorher nochmal das Ding aktivieren. Und im Anschluss beenden wir den Zug. Sie verwandelt sich so ein bisschen Demon mäßig. Provoziert alle Gegner und nun beenden wir den Zug. Bekommen keinen Schaden und danach haben wir diese Herausforderung erfolgreich abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.